hey leute herzlich willkommen zu einem neuen video von mir und ich dachte mir ich zeige euch einfach mal in diesem video wie meine trainingsroutine aktuell aussieht viel spaß nachdem ich abgefuckt tot müde genervt von der schule nach hause komme dann drei stunden auf tik tok meine zeit verbringe weil mir übelst langweilig ist und ich nicht weiß was ich machen soll fällt mir ein dass ich ja noch hobbyhousing machen könnte weil das meine einzige aktivität ist am tag dann nehme ich mir oft chili einfach und gehe ausreiten leute was sonst denkt ihr etwa ich springe oder ich mache dressur nein leute ich gehe jeden tag ausreiten durch den wald über felder über wege in der hitze bis in die nacht hinein bis spät am abend gehe ich meine wege bis sich dann tod müde genervt abgefuckt vom ausreiten wieder nach hause komme mitten in der nacht leute und Bis zum nächsten Mal.